Einer von den Asen aber steht in der Ecke und nimmt an ihrem Spiel nicht teil. Er heißt Hoth und ist ein Halbbruder Lokis. In den großen Kriegen hat er nie eine Rolle gespielt und auch jetzt hält er sich im Hintergrund. Das hat einen einfachen Grund. Hoth ist blind. Scheinheilig fragt Loki ihn, was ist mit dir, mein Freund? Warum machst du nicht mit? Alle schießen auf Baldur und du siehst doch, dass ihm nichts geschieht. Du weißt wohl, dass ich blind bin und ihn gar nicht sehen kann, sagt Hoth. Oh, flüstert Loki ihm ins Ohr, daran soll es nicht fehlen. Ich zeige dir, wie du zielen sollst. Ich trage keine Waffe, antwortet Hoth. Dann nimm diesen Bogen und die Mistel hier. Alle erweisen Baldur die Ehre, da kannst du nicht beiseite stehen. Gern, ruft der Blinde dankbar und ergreift den Bogen. Loki führt seinen Arm. Ein bisschen weiter nach rechts, noch ein bisschen so. Und Hoth ruft, schau nur, Baldur, jetzt bin ich auch dabei. Baldur lacht und streckt ihm seine Arme entgegen. Jetzt, flüstert Loki. Und Hoth lässt die gespannte Seite los. Der Pfeil trifft Baldur, der einen hellen Schrei ausstößt und zu Boden sinkt. Der Pfeil hat ihn mitten in der Kehle getroffen. Baldur ist tot. Es wird ganz still auf der großen Wiese. Die Asen trauen ihren Augen nicht. Dann erst bricht der Jammer los. Das, was sie um jeden Preis verhindern wollen, jetzt ist es geschehen. Nie hat ein schlimmeres Unglück Götter und Menschen getroffen. Viele umringen Hoth, um Baldur zu rächen. Einige deuten auch auf Loki. Aber Odin greift ein. Haltet ein, ruft er. Dies hier ist ein geheiligter Ort. Es ist genug Blut vergossen worden an diesem Tag. Baldur war mein Sohn. Hoth ist mein Sohn. Und Loki ist mein Milchbruder. Es ist sinnlos, Vergeltung zu üben. Nie sahen ihn die Asen so alt und müde. Es war alles nur ein Missverständnis, wimmert Loki und legt den Arm um Hoths Schulter. Keiner von uns hat das gewollt. Dann wendet er sich mit harten Worten Frigger zu. Dir haben wir vertraut. Hast du uns nicht versichert, dass Baldur kein Leid geschehen kann? Wie sollten wir ahnen, dass du so leichtfertig warst und hier einen Strauch und dort einen Zweig auf Baldurs Heil einzuschwören vergessen hast? Es ist deine Schuld, dass es ein böses Ende mit ihm nahm. Loki hat sich in Hitze geredet und er ist ein Meister darin, die Wörter so zu drehen, wie es ihm passt. Frigger wendet sich schluchzend von ihm ab. Es ist Schicksal, murmelt einer. Was geschehen soll, geschieht, sagt ein anderer. Niemand kann sein Schicksal ändern. Baldurs Träume hätten uns eine Warnung sein sollen. Er ist tot, weint Nana, seine Frau. Wir werden ihn nie wiedersehen. Aber da richtet Frigger sich auf. Der Trotz leuchtet aus ihren Augen. Nein, ruft sie. Ich gebe nicht auf. Ich will ihn wiederhaben. Wer von euch, wer von Odins Söhn, will mein Sendbote sein? Wer will meine ewige Dankbarkeit gewinnen und ins Totenreich reiten? Wer von euch spricht mit Baldur? Wer fragt Heil, die Herren über das Totenreich, um welchen Preis sie ihn freigibt, so dass er zu mir nach Asgard heimkehren kann? Alle schweigen. Sogar Odin zögert und Thor schaut betreten zu Boden. Doch dann tritt Hermut hervor, der sich immer zurückgehalten hat. Man hat wenig von ihm gehört, obwohl auch er einer von Odins Söhnen ist. Denn er ist zwar ein guter Kämpfer und berühmt für seine Reitkunst, doch drängt er sich niemals vor und lässt andere das große Wort führen. Nun aber sagt er, ich reite für Baldurs Mutter zu Hehl ins Totenreich. Ihr müsst mir nur das beste Pferd geben, das es gibt. Der Götterkönig nickt. Er befiehlt, dass Sleipnir sein eigenes Pferd gezäumt und gesattelt wird. Hermut steigt auf den achtbeinigen Hengst und sprengt über die Regenbogenbrücke davon. Wie ein Gewitter dröhnt das Echo von Sleipnirs Hufen den Asen in den Ohren, bis es in der Tiefe des Nordens verhallt. Hehl empfängt Hermut selbst. Sie ist groß und hager von Gestalt. Die eine Seite ihres Gesichts ist bleich wie Kreide, die andere blau-schwarz wie ein Rabe. Weit hinten im Saal glaubt er, zwei Tote zu erkennen, die dort aufgebahrt sitzen. Es sind Baldur und Nana, seine treue Frau. Hermut sagt nichts von seinem Anliegen. Er bleibt über Nacht und erst am anderen Morgen wendet er sich höflich an Hehl, um seine Bitte vorzutragen. Ich weiß wohl, warum du gekommen bist, sagt sie. Und was ist dein Bescheid? Die Antwort ist nein. Aber bedenke doch, die ganze Welt trauert um Baldur. Hehl runzelt die Stirn. Meine Aufgabe ist es nicht, der Welt eine Freude zu machen, antwortet die Herren über das Totenreich. Was habt ihr nur mit eurem Baldur? Ist er so wichtig? Keiner ist so geliebt worden wie er, ruft Hermut. Wir, die Asen, verlangen, dass du ihn uns zurückgibst. Hehl's Augen verdunkeln sich, als sie das hört. Ihr verlangt etwas von mir, der Herrscherin über den Tod? Ich wollte sagen, wir bitten dich, sagt Hermut rasch. Wir flehen dich an. Hehl ist aufgestanden. Sie wendet sich den beiden Toten zu, die stumm wie Steine dabei gesessen sind. Hörst du, Baldur? Die Götter flehen mich an, sagt Hehl, und nun schnurrt sie wie eine Katze vor Behagen. Was sollen wir ihnen antworten? Das will gut überlegt sein. Oh ja, ich weiß, wie man mit solchen Bittstellern umgeht. Langsam tritt sie Hermut entgegen und blickt ihm in die Augen. Also gut. Du sollst sie haben. Alle beide. Aber nur unter einer Bedingung. Hermut traut seinen Ohren kaum. Freudig verspricht er ihr, auf alles einzugehen, was sie verlangt. Die Königin des Totenreichs streckt ihre blauen Nägel von sich und sagt mit einem boshaften Lächeln, Es gibt mir zu denken, was du gesagt hast. Neugierig bin ich, ob es wahr ist, dass Baldur wirklich so vermisst wird, wie du behauptest. Ich nehme dich beim Wort. Ich will dich auf die Probe stellen. Auf welche Probe? Was meinst du? fragt Hermut. Pass auf und höre gut zu. Wenn die ganze Welt Baldur beweint, dann mag er samt seiner Frau nach Asgard zurückkehren. Aber freue dich nicht zu früh. Denn wenn es nur ein einziges Wesen auf der Welt gibt, das ihn nicht beweint, sei es ein Ase oder ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze oder auch nur ein Stein, dann werden beide ewig dort bleiben, wo sie sind, bei mir. Nun geh, bevor ich es mir anders überlege. Hermut macht sich auf den Weg. Baldur und Nanna dürfen ihn ein Stück weit begleiten. Den Zauberring Draupne übergibt Baldur seinem Retter. Er soll ihn Odin wiederbringen als ein Andenken, und Nanna gibt ihm Geschenke für Frigga mit. Bald werden wir dich abholen, sagt Hermut und umarmt seinen Bruder. Aber der schüttelt den Kopf und antwortet ihm, »Das glaube ich nicht. Mein Mund ist voll von Asche.« Hermut gibt seinem Pferd die Sporen, doch bevor er den Hof verlassen hat, bellt Hel ihm nach, »Du kannst ganz sicher sein, dass ich Gerechtigkeit walten lasse.« Hermut reitet über die beinene Sperre und überquert die goldene Brücke, bis er ins Lichtereich der Lebenden kommt. In Asgard angekommen, berichtet er, was er gesehen und gehört hat. Nun senden die Asen Boten in die ganze Welt aus und bitten alles, was da lebt und webt, um Hilfe. Alles trauert. Menschen und Tiere klagen um Baldur. Selbst den Wölfen und den Hexen werden die Augen feucht, wenn sie an ihn denken, und die Trolle verbergen ihr Gesicht in den Händen. Sogar die ältesten Feinde der Asen vergießen ein paar höfliche Tränen, denn Baldur war etwas ganz Besonderes, und nie hat sich jemand über ihn beklagt. Himmel und Erde laufen über von Tränen, von Bäumen und Sträuchern rinnt das Nass, die Steine schluchzen und die Berge stöhnen. Als aber die Boten ihren Auftrag erfüllt haben und auf dem Heimweg sind, da begegnen sie einem alten Trollweib, das sich Tuck nennt. Auch sie wird gebeten, die Totenklage um Baldur anzustimmen. Doch sie zuckt nur die Schultern und sagt, »Was geht es mich an, dass einer der Hohen Herren in Asgard gestorben ist? Lasst mich zufrieden mit eurem Baldur!« Die Boten bitten Tuck, sich ihre Antwort noch einmal zu überlegen. »Weißt du, was das bedeutet? Wenn du nicht um ihn weinst, kann er nie zurückkehren.« »Glaubt ihr, Frigger würde weinen, wenn ich einen meiner Söhne verliere? Ich müsste lügen, wenn ich um den ihren jammern sollte. »Hier, seht her!«, ruft sie und zieht ihr Augenlid herunter. »Meine Augen bleiben trocken. Ich habe in meiner Zeit schon zu viel geweint. Ich bin es leid, das Klageweib zu spielen. Mag Hel ihre Beute behalten, mir soll es recht sein.« Ich bin es leid, das Klageweib zu machen. »Also, ich habe jetzt den Jungen gelegt.« »Ich bin es leid, das Klageweib zu können.« »Hier, ich bin es leid, das Klageweib zu machen.«